Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vor wenigen Wochen titelte die Schweriner Volkszeitung aufgrund meiner kleinen Anfrage, Schurleiter werden in MV, lieber nicht. Die Anfrage ergab, dass momentan 82 Stellen von Schurleiterinnen und Schurleitern sowie ihren Stellvertretern nur amtierend besetzt sind. Das heißt, dass diese Funktionsstellen von Kolleginnen und Kollegen teilweise bereits seit dem Schuljahr 2003-2004 amtierend ausgeübt werden und dies ohne zusätzliche Vergütung. Warum möchten nun die Lehrerinnen und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern keine Schurleiterinnen und Schurleiter werden? Was ist es, was sie davon abhält? Ist es die Aufgabenfülle, die sich vor allem mit der Einführung der selbstständigen Schule vor drei Jahren um circa 20 Aufgabengebiete erhöht hat, aber die Rahmenbedingungen nicht angepasst wurden? Oder ist es die Resignation davor, irgendwie alles sein zu sollen, alles können zu müssen, für alles verantwortlich zu sein und dann auch noch für alles zur Verantwortung gezogen werden? Sie sind Lehrkräfte. Sie sind sämtliche Schulräte in einer Person. Sie sind Manager und leiten eine Werbeagentur. Sie sind Kämmerer und Verwaltungsfachangestellte. Sie sind Sachbearbeiter, da die Schulsekretärin ja nur noch Teilzeit arbeiten darf, weil den Kommunen das Geld fehlt. Sie sind Schulentwickler und Entertainer. Sie sind Planer, Therapeuten und Psychologen und zu guter Letzt mit der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes sind sie auch noch Außenstellenleiter der Sozialagenturen und Jobcenter. Vielleicht liegt es aber auch an dem achtlosen Umgang der Schulaufsicht mit Kolleginnen und Kollegen auf diesem Gebiet, die bereit sind, diese Stelle am Tieren zu übernehmen, um sich um die Kinder zu kümmern. Aber diese Kollegen werden dann bei den Ausschreibungen, Herr Renz, immer schön zuhören, dann können Sie nachher auch reagieren. Liegt es an den Ausschreibungen, dass die Stellen nicht bedacht, weil zum Beispiel die Ausschreibungs- und Besetzungsmodalitäten eine dauerhafte Bestellung nicht zulassen? Als Lückenfüller werden sie gebraucht. Aber für eine ständige Übernahme der Funktion reicht die Qualifikation nicht. Ich möchte es Ihnen am folgenden Fall beschreiben, der belegt, dass sich schnell und dringend hier etwas ändern muss. An einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind seit 2007 beide Schulleitungsstellen nur amtierend besetzt. Seit 2007. Die Leitung einer Schule, an der die Kolleginnen und Kollegen Kinder mit schweren Beeinträchtigungen unterrichten und fördern, ist seit sechs Jahren unbesetzt. Allerdings endet hier die Verantwortungslosigkeit im staatlichen Handeln leider noch nicht. Der amtierende Schulleiter befindet sich in diesem Schuljahr im Sabbatjahr. Nun wird die Stelle weiterhin amtierend besetzt und zwar von der vormals amtierenden Stellvertreterin. Und für die frei gewordene Stellvertreterstelle wird ein Kollege eingesetzt, der diese Position wieder nur amtierend übernimmt. Nun könnte man glauben, dass von Seiten der Schulämter so reagiert werden würde, dass die Stellen ausgeschrieben werden und den regionalen Besonderheiten angepasst werden. Aber weit gefehlt. Die Ausschreibung sieht vor, dass sich nur ausgebildete Sonderpädagogen bewerben können. Und das ist eine Ausschreibung vom Dezember letzten Jahres. Die amtierenden Leiter arbeiten seit genau 20 Jahren an den Förderschulen, sind aber ausgebildete Grundschullehrer. Somit können sie sich trotz der praktischen Erfahrungen nicht bewerben. Sehr geehrte Damen und Herren, unstrittig ist, dass das Bildungsministerium inzwischen auch auf Reaktion zu meiner kleinen Anfrage begonnen hat, sich der Ursachenforschung für die Verfahrens- und Planungsfehler und für das absurde, unkoordinierte Vorgehen zu widmen. Und genau diese Tatsache wird jetzt wieder als Begründung dafür herhalten müssen, warum sie unseren Antrag überhaupt nicht benötigen. Nein, das darf für sie keinen Grund darstellen. Denn wenn man nur durch fremde fachärztliche Hilfe zur Diagnose gelangt, dann sollte man auch bei der Therapie nicht auf unsere Unterstützung verzichten. Da diese Ungerechtigkeiten, wie man den Antworten auf die kleine Anfrage entnehmen kann, seit über einem Jahrzehnt bestehen, bezweifle ich, dass sie auf Selbstheilungskräfte vertrauen können. Dass das Wir-Machen-Schon der Koalition alleine keine Früchte trägt, beweise ich ihn weiterhin am Beispiel der Förderschule. Denn anstatt nun die Schulleitungsstellen dort so auszuschreiben, dass sich die dort tätigen Kollegen bewerben können, erreichte den Schulträger in der vergangenen Woche folgendes Schreiben des Staatlichen Schulamtes. Ich zitiere. Die Stellen des Schulleiters und stellvertretenden Schulleiters an der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind seit mehreren Schuljahren kommissarisch besetzt. Trotz mehrmaliger Ausschreibung beziehungsweise Veröffentlichung der Stellen hat sich keine Lehrkraft beworben. Die endgültige Besetzung der Schulleiterstellen konnte somit nicht vorgenommen werden. Sowohl aus meiner Sicht als auch aus Sicht der zuständigen Schulrätin ist eine nochmalige Ausschreibung nicht erfolgversprechend. Alle bisher unternommenen Versuche, diese Stellen auf Dauer zu besetzen, sind gescheitert. Ende des Zitat. So, spätestens hier sagt doch der normale Menschenverstand, Ausschreibungsbedingungen ändern. Doch weit gefehlt. Ich zitiere weiter aus dem Schreiben. Es sollte vielmehr an der zurzeit kommissarischen Besetzung der beiden Schulleiterstellen festgehalten werden. Ich bitte Sie, mir bis zum 8. Februar 2013 mitzuteilen, ob die kommissarische Besetzung der Schulleiterstellen auch in Ihrem Interesse ist. Ende des Zitats. Sehr geehrte Damen und Herren, das schlägt dem Fass den Boden aus. Glauben Sie mir nun, dass die begonnenen Änderungen nicht genügen, um sich dieser Problematik so anzunähern, dass Lösungen im Sinne der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte gefunden werden? Deshalb können Sie unserem Antrag nur zustimmen, denn der sieht vor, die Einstellungsvoraussetzungen den Gegebenheiten anzupassen. Bei diesen derartigen Schwächen und Unverantwortlichkeiten im Umgang mit den Schulen wird sich niemand von Ihnen jetzt mehr wundern, dass gegenwärtig an fast jeder sechsten Schule eine Funktionsstelle nur amtierend besetzt ist. Ein weiteres Indiz, dass ihrerseits auf diesem Gebiet derzeit zu geringe Anstrengungen unternommen werden, ist die Tatsache, dass trotz Einwendungen seitens der Lehrerverbände sowie der Schulleitervereinigungen der Stundenumfang der Schulleitungen für Verwaltungsaufgaben nicht erhöht wird. Einer Schulleiterin, einem Schulleiter steht ungefähr die Hälfte seiner messbaren Arbeitszeit für die Organisation, Leitung und Kontrolle sämtlicher pädagogischer und verwaltungstechnischer Prozesse zur Verfügung. Die andere Hälfte unterrichten Sie. Das ist Schulleitung in Teilzeit. An dieser Stelle werden Sie nun versuchen, unseren Antrag mit der Begründung abzulehnen, dass die Anrechnungsstunden vor mehreren Jahren, also vor der Einführung der selbstständigen Schule im Zuge der Anwendung des Lehrerpersonalkonzeptes erhöht worden sind, um den Schulleitungsmitgliedern Vollbeschäftigung zu sichern. Sie werden in Ihren Reden betonen, dass nichts eine weitere Entlastung rechtfertigt, dass circa die Hälfte der Arbeitszeit für die Verwaltungsaufgaben angemessen ist. Und damit Sie diese Begründung dann auch gleich vergessen können, möchte ich dieses vorgeschobene Argument umgehend entkräften. Seit der Einführung der selbstständigen Schule haben sich die Aufgaben der Schulleitungen enorm erhöht. Ganz schnell wird von Seiten des Landes reagiert, wenn die Schülerzahl sinkt. Dann wird nämlich sofort der Schulleiter in seinem Gehalt zurückgruppiert. Aber wenn sich die Aufgaben erhöhen, wird mit Ignoranz über diese Mehrbelastung hinweg gesehen. Kein Schulrat, keine Ministerin, kein Minister arbeitet bei sinkenden Schülerzahlen oder sinkenden Einwohnerzahlen in Teilzeit. Schulleitern hingegen wird das Gehalt gekürzt und ihre Arbeitszeit dahingehend gerechtfertigt, dass sie durch eine geringere Schülerzahl auch weniger zu tun hätten. Mit standardisierten Richtwerten allein lässt sich keine erfolgreiche und am Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ausgerichtete Bildungspolitik gestalten. Professionalisierung von Schulleitungen funktioniert nur, wenn man sie ernst nimmt, achtet und nicht an den Rand stellt. Schulleiterinnen und Schulleiter sind diejenigen, die sämtliche Änderungen im Bildungswesen vor Ort realisieren müssen, die dafür einstehen und Überzeugungsarbeit leisten, was nicht immer ganz so einfach ist. So sind für die Schulleitung in den vergangenen drei Jahren die gesamte Personalführung der Kolleginnen und Kollegen, die Durchführung der Bewerbungsverfahren für Neueinstellungen, verbunden mit der Vertragsgestaltung und der Eingruppierung in die notwendige Entgeltgruppe, die Erarbeitung und Umsetzung eines Fortbildungskonzeptes für die Kolleginnen und Kollegen und eines Förderkonzeptes für die Schülerinnen und Schüler, die Führung des Schulberichtssystems, zumal das seit September in einem katastrophalen Zustand ist und dadurch die Arbeit an den Schulen zusätzlich erschwert, die Gestaltung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts, die Ausgestaltung der Ganztagsschule sowie die Umsetzung der regionalen Besonderheiten für die Ausgestaltung der freien Schulwahl hinzukommen. Auf diese Veränderungen muss die Leitung einer Schule reagieren, aber auch die Leitung der Leitung, und das sind in diesem Fall die unteren und die oberen Schulbehörden des Landes. Es ist also zwingend erforderlich, dass die Leitungszeit mit steigenden Aufgaben ebenfalls erhöht wird, so wie in allen anderen Bereichen dies auch der Fall ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, reagieren auch Sie und erhöhen Sie die Anrechnungsstunden für die Arbeit der Schulleitungen, entkoppeln Sie die Vergütung von rein demografischen Faktoren. Passen Sie, wie es unser Antrag vorsieht, die Funktionsbeschreibungen der Schulleitungen den neuen Bedingungen an. Denn ansonsten steht die Welt der Schulleitungen weiterhin auf dem Kopf. Und rechtfertigen Sie bitte diese Benachteiligung nicht dadurch, dass Sie einen Kopfstand hinlegen, um sich dann auf Augenhöhe zu befinden, sondern handeln Sie und zwar mit uns gemeinsam. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zuerst einmal dazu, dass Sie jetzt von den 82 Funktionsstellen immer wieder welche subtrahiert haben. Das ist nicht richtig. Es steht in der Antwort der kleinen Anfrage, für 42 Stellen läuft das übliche Besetzungsverfahren. Das heißt nicht, dass die besetzt sind. Das heißt nicht, dass da ein Ergebnis rauskommt. Denn was doch ganz verwundert, oder was mich wirklich verwundert ist, dass bei den 42 Stellen für die jetzt, jetzt das übliche Besetzungsverfahren läuft, Schulleiterstellen sind von 2007 und 2008, von 2004 und 2005, von 2008 und 2009 und von 2003 und jetzt läuft das Bewerbungsverfahren. Und wenn ich mir das angucke, dann ist es ja so, dass wir schon viele Bewerbungsverfahren gehabt haben und sich dann entweder keiner gemeldet hat oder diejenigen sich nicht bewerben konnten, die qualifiziert waren, die des Weiteren, Herr Renz, diese 17. Keine Bewerber, deshalb auch keine Besetzung in der kleinen Anfrage. Eine Maßnahme dagegen zu steuern, ist die von der Landesregierung beabsichtigte Änderung der Ausschreibungstexte, um die Funktionsstellen für verschiedene Lehrämter zu öffnen. Dass dies aber nicht der Fall ist, dass dies nicht umgesetzt wird und dass wir deshalb unseren Antrag im Ausschuss beraten und ich die Überweisung in den Ausschuss beantrage, belegt doch der Fall, den ich Ihnen hier an der Förderschule genannt habe. Es kann natürlich auch sein, dass die staatlichen Schulämter diese Anweisungen einfach negieren und weiterhin falsch handeln und zwar wie der besseren Wissens. Aber auch dann muss hier die Landesregierung ihrer Verantwortung nachkommen und ihre Aufsichtspflicht so wahrnehmen, dass nicht ständig den Anweisungen der Regierung zuwider gehandelt wird. Stellen Sie sich vor, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Schulleiter oder eine Schulleiterin würde sich das gegenüber dem Schulamt trauen. Dann ist man ganz, ganz nah bei einer Abmahnung an der Schule, wenn die einem schon angedroht wird, weil man mit zwei Tagen Verspätung eine Fahrt ins Ausland für eine Schulpartnerschaft meldet. Dann frage ich mich, wie dann hier die Kontrollfunktion funktioniert. Es ist aber auch nicht nur, Herr Renz, der Arbeitsaufwand, den man nicht respektiert. Es sind nicht die bis jetzt falsch gelaufenen Fortbildungen. Sie sollten wissen, es wurden 200 Lehrerinnen und Lehrer als Schulleiter fortgebildet. Die arbeiten aber nicht als Schulleiter, weil man die ganz falsch ausgebildet hat. In Greifswald hat man fast 40 gebraucht, da hat man 25 ausgebildet. In Schwerin hat man nur fünf gebraucht, da hat man auch 25 ausgebildet. Weil man jährlich 100 Stellen zur Verfügung hatte, die man einfach durch vier geteilt hat. Da kam man auf die Zahl 25 und somit hat jedes Schulamt 25 Stellen bekommen, ob sie die brauchten oder nicht. Das heißt, hier schwirren irgendwo Schulleiterinnen und Schulleiter zukünftige rum und auf der anderen Seite haben wir dieses große Defizit an Besetzung. Dass Planwirtschaft alleine nicht zum Ziel führt, das wissen wir ja. Also muss man jetzt das auch nicht einfach nur so planen, sondern den Bedingungen, den Bedingungen muss man es anpassen und das vermisse ich. Und wissen Sie, wie viel Geld dadurch versenkt worden ist? Circa 300.000 Euro für diese desolate Organisation der Fortbildung. 350.000 Euro hat nämlich die Fortbildung gekostet. Und mal zugunsten des Landes gerechnet, diese gesamten offenen Funktionsstellen haben mindestens, und da habe ich alle Eventualitäten abgezogen, mindestens 1,5 Millionen Euro an Einsparungen für das Land gebracht. Denn wenn ein Schulleiter oder ein Stellvertreter amtierend ist, dann bekommt er keinen Cent dafür. Und das sind rund gerechnet, und da liege ich wirklich ganz, ganz weit unten, 1,5 Millionen Euro Einsparungen auf Kosten der Schulleiterinnen und Schulleiter. Und das kann es nicht sein. Und Sie sehen, dass hier so wahnsinnig viel Bedarf ist, dass man den Antrag nicht einfach nur ablehnen kann, sondern wenn Sie jetzt mal das auch ernst meinen, was Sie sagen, dass Sie sich mit den Vorschlägen unserer Fraktion auseinandersetzen, und zwar ernsthaft, dann lassen Sie uns weiter ernsthaft im Bildungsausschuss darüber diskutieren. Und nicht nur einfach, Sie können ja den Antrag wieder im Bildungsausschuss stellen. Nein, dann möchte ich, dass wir darüber diskutieren, weil wir heute den Antrag überweisen. Sie haben gesagt, er ist wichtig. Und er ist notwendig. Also brechen Sie sich doch auch keinen Zacken aus der Krone, wenn Sie unseren Antrag in den Bildungsausschuss überweisen. Ja, Herr Kogert, dazu sage ich was. Bevor ich gegangen bin, habe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und meine Schule ist besetzt für die Dauer meiner Beurlaubung und nicht amtierend, sondern die Kollegin hat ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Hat der Minister schon geregelt? Nein, das hat nicht der Herr Minister geregelt, das habe ich geregelt, weil ich meine Schule nicht alleine lassen würde, Herr Kogert. Ganz einfach. Ich möchte noch etwas dazu sagen, dass wir keine Ausschreibungen vorgenommen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte doch noch um ein bisschen Ruhe. Es ist der letzte Tagesordnungspunkt. Das geht jetzt auch ganz schnell. Und wenn Sie sagen, Sie stimmen der Überweisung zu, dann mache ich es noch kürzer. Ich möchte noch etwas dazu sagen, dass Sie auch einfach gesagt haben, dass Sie die Stellen abgezogen haben für die Schurleiterinnen und Schurleiter, deren Schulen im Bestand gefährdet waren. In meiner zweiten kleinen Anfrage zu der Besetzung der Funktionsstellen und der Ausgestaltung des Unterstützersystems antworteten Sie mir, dass an 13 Schulen die Genehmigung zur Ausschreibung nicht erfolgen konnte, da die bisherige Rechtslage wegen der fehlenden Bestandsfähigkeit nach der Schulentwicklungsplanung eine Zustimmung ausschloss. Das, Herr Minister, das können Sie wirklich nicht meinen. Denn unter diesen Stellen sind Schulen, die seit 2003, 2007, 2008 und 2009 nicht besetzt wurden. Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt muss eine Schulentwicklungsplanung für fünf Jahre aufstellen. Die Bestandsfähigkeit einer Schule muss für den Planungszeitraum angegeben werden. Soweit sie in dieser Zeit in ihrer Bestandsfähigkeit gefährdet ist, muss der Zeitpunkt ihres Auslaufens ausgewiesen sein. Die einzige Ausnahme ist, dass durch nicht vorhersehbare Umstände eine als bestandsfähig ausgewiesene Schule die Planungsvorgaben unterschreitet. Aber auch dann muss eine rechtzeitige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung erfolgen. In allen Fällen jedoch ist das Bildungsministerium die Genehmigungsbehörde. Es kann somit keine Schule geben, die seit zehn Jahren im Bestand gefährdet ist. Das geht nicht. Es müssen dafür Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel, wer hat hier derartig verantwortungslos gehandelt? Wer bürdet den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern diese zusätzliche Last auf? Wer nimmt hier seine Fachaufsicht nicht wahr? Und noch zum Schluss, Herr Renz, weil Sie das nochmal mit der Eingruppierung und mit dem Gehalt eines Schulleiters und einer Schulleiterin hier angebracht haben. Herr Brotkopp, Grundschulen mit 400 Schülern. Ich glaube, da haben wir nicht mal eine Hand voll in Mecklenburg-Vorpommern. Grundschulen sind diejenigen, die am meisten und die Förderschulen am meisten unter der gegenwärtigen Situation leiden. Ein stellvertretender Schulleiter einer ganz normalen mittelgroßen Grundschule mit bis zu 180 Schülern bekommt keinen einzigen Cent mehr als ein Lehrer an der gleichen Schule. Warum soll ein Stellvertreter oder jemand Stellvertreter werden, soll am Wochenende sitzen, die Vertretungspläne machen, soll nachts aus dem Bett geklingelt werden, weil der Kollege krank ist und der andere aufspringen muss, um an die Schule zu fahren, damit die Kinder Unterricht haben. So viel Engagement können Sie selbst, selbst Sie nicht von den Lehrerinnen und Lehrern verlangen. Das funktioniert nicht. Es muss auch einfach hier gar kein Tarifvertrag geändert werden. Es muss einfach nur der Paragraf 16 Absatz 5 im TVL angewendet werden. Der wird ganz einfach nicht angewendet. Und deswegen muss das getan werden, dieser Paragraf besagt, zur regionalen Differenzierung, zur Bindung von qualifizierten Fachkräften und das haben wir ja wohl nötig, kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. Ich bitte Sie, über all meine Vorschläge nachzudenken. Lassen Sie uns konstruktiv miteinander diskutieren und zwar im Ausschuss und nicht einfach so im Ausschuss, sondern im Ausschuss, weil Sie der Überweisung des Antrages meiner Fraktion in den Ausschuss zustimmen. 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020